jetzt haben wir einen zaubertrick für euch kinder ich werde den antonio anmalen welche seite möchtest du haben welche seite welche seite er möchte diese seite kinder diese seite das leben ist verrückt mein lieber aber du wirst es noch später zu spüren bekommen ich zeige es dir sorry dass ich ein bisschen grob bin aber das leben war auch grob mit mir und es kann aber auch zeigen wo ich mich gefühlt habe ich jacke die mörderpuppe ich hoffe einmal locker genau